Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, ein neuer Tag und ja, wir müssen unsere Heimat verlassen. Wir ziehen um. Baby, wir ziehen um. Und ich habe mich ein wenig nach vorne gelegt, gelehnt, gelegt, gelegt ist auch gut. Ich lege mich bald hier so hin auf meinen Tisch und dann mache ich so, so und dann, ah ja, ah geil, ah ja, jetzt mache ich ein Let's Play. Nein, wir müssen unsere Heimat verlassen. Was wir hier schon alles erlebt haben. Unfassbar, unglaublich. So, was hatte ich gesagt? Und achso, wir wollten ja hier auch noch irgendwann mal die Brücke bauen, hatte ich ja auch gesagt. Meine Güte, was wir alles machen wollen. Aber das können wir alles, das können wir alles tun, wenn wir in unserer neuen Heimat sind. Und ich hoffe, dass wir jetzt den Weg finden, dass ich hier nicht irgendwie, genau, da hinten müssen wir hin. Ich habe es, glaube ich, noch so ungefähr in der Orientierung, wo wir hin müssen. Das ist nämlich da so. Und da werde ich mich jetzt hinbegeben und ihr begleitet mich, da freue ich mich sehr drauf. So. Und worauf ich mich auch freue, kann ich jetzt mal sagen, ich weiß gar nicht, wann kommt das Video raus? Wie müsste es dann schon raus sein? Ne, ich glaube, ja, ich glaube doch. Ähm, ich freue mich sehr drauf auf den Resident Evil Stream. Da dürft ihr euch freuen, denn es wird Resident Evil, ja, HD Remake geben. Also den klassischen ersten Teil von Resident Evil als im Stream. Und es wird Resident Evil Revelations 2 geben im Stream. Auch Blind. Da dürft ihr euch sehr darüber freuen. Und die Leute, die vielleicht meinen Stream nicht so gerne verfolgen, die vielleicht lieber Let's Plays gucken, die, äh, äh, kann ich beruhigen. Denn ich werde das Let's Play dann wahrscheinlich vom Stream dann auf YouTube hochladen. Mein Gott, ich mache große Versprechungen. Nein, äh, dürft ihr euch, wie gesagt, freuen, falls die Leute, die es vielleicht, ja, vielleicht aus zeitlichen Gründen nicht schaffen, den Stream zu verfolgen und sagen, hör mal, ach scheiße, Mann, ich kann an dem Zeitpunkt nicht. Ich habe gerade was Besseres zu tun. Wieso hast du was Besseres zu tun, als meinen Stream zu gucken? Das geht überhaupt nicht. Das kann ich überhaupt nicht. Nein, das geht nicht. Du musst meinen Stream gucken. Ja, wacht dich vor, anders hinzugehen. Nein, äh, wie gesagt, das mache ich, wie gesagt, deswegen, weil, äh, man hat ja noch ein Privatleben, man hat ja noch Freunde, Familie und alles. Und wenn man den nicht gucken kann, kann man nachträglich sich das Video nochmal angucken, glaube ich, überhaupt richtig jetzt gerade. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen, oder? Hallo? 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 Wo bin ich? Sag mal, wo ist denn das Dorf? So weit weg war das doch gar nicht, oder? Dorf, wo bist du? Jetzt finde ich das Dorf nicht mehr wieder. Das wäre echt ein Highlight. Ich glaube, da hinten ist es. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine ja. Oder? Komm, 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 sei da hinten, Dorf. Sei da hinten, Dorf. Komm, bitte. Sei hier. Dorf, sei hier. Das war doch nie im Leben so weit weg, oder? Hallo? Hallo? Springen? Ey, gibt's doch gar nicht. Wo ist denn das Dorf? Nein. Bitte nicht verlaufen, Reflex. Bitte nicht verlaufen. Ich muss echt eine Bergspitze wieder finden, um mich... Was war das? Da ist das Dorf. Ja, ich sehe es. Oh, Gott sei Dank. Oh, wir können ein neues Leben beginnen. Wir können echt ein neues Leben beginnen. So. Noch auf dem Weg ein Schwein geschlachtet. Das mache ich immer. Das mache ich auch, wenn ich zur Arbeit fahre. Ja, dann schlachte ich erstmal ein Schwein, weil ich Hunger habe. Überfahre ich erstmal ein Schwein. Nein, das mache ich erstmal gemein. Das kann man wieder so zweideutig sehen. Hey, ich sehe Kohle. Das ist super. So, und wir haben noch ein bisschen Hunger. Ich werde nochmal so ein Steak zwischen die Kiemen kloppen. Und dann nochmal die Kohle abbauen, weil wenn die nicht gerade so schön anlächelt und angrenzt... Angrenzt? Angrenzt? Wieso angrenzt? Was ist denn heute los? Äh, dann... Dann werde ich die doch gleich abbauen. Achso, mir wurde auch gesagt in den Kommentaren, dass ich doch bitte die Belichtung vielleicht ein bisschen anders stellen sollte. Für die Kamera. Ich habe das mal gemacht, dann sieht das ungefähr so aus. Ich bin erleuchtet! Na, willst du deine Beichte ablegen? Oder wir machen heute eine Lagerfeuergeschichte. Es war einmal der Reflex. Der lief durch Minecraft. Und da kam ein Creeper. Und dann macht es Bumm. Nein, kratz. Alter, ist das hell. Ist das hell? Das gibt es doch gar nicht. So. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, wir werden jetzt erstmal... Hoh. Äh, eine Truhe bauen in unserem Domizil. Um dort... Ein wenig... Ja, unsere Sachen, die wir gelootet haben, unterzubringen. Mein Gott, das sieht schon so toll aus. Und dann werden wir natürlich die Decke erhöhen ein wenig. Eine... Eine Etage höher. So, zwei Truhen. Machen wir mal. Machen wir mal. Machen wir mal so. Achso, ja, stimmt. Ich habe ja... Ähm... Das machen wir hier. 1, 2, 3, 2, 1. Zack, schmeißen wir mal rein. Truhen nehmen wir auf. Denn ich werde mal eben die Truhen... Da, da. Da, da hin. Genau. Plupp. Ich finde das cool, dass sogar diese kleine Soundkulisse von Minecraft sogar sowas hat wie... wie Holzknatschen drin hat. Das ist faszinierend. Das ist echt sehr, sehr geil. Echt supi. So. Pfeil und Bogen... werde ich mir loben. Das werde ich gleich mal, glaube ich, mal ausprobieren mit dem Seil und der Feder. Ob wir da vielleicht einen neuen Bogen bauen können. So. Ich werde erstmal das ganze... Ja, nicht unnütze Teil. Aber die ganzen Sachen werde ich erstmal da oben verstauen. Die ich momentan nicht brauche. Wie gesagt, momentan. Kohle brauchen wir für den Ofen. Essen packen wir noch da rein. Wir werden auch die Truhen benennen. Also ich habe nämlich schon mal vielen gesehen, dass sie sich die Truhen benennen. Das werden wir auch machen. Das ist kein Thema. Das ist alles geplant. Das habe ich mir nämlich schon irgendwo abgeguckt. Du heimlicher Cheater, wenn wir jetzt viel sagen. So, den Gockel werde ich gleich in den Ofen schieben. Das kommt noch da hin. Wir werden noch ein bisschen... Ah, seht ihr? Aber ich glaube, das reicht nicht, die Eisenbarren. Für die Tür. Fackeln werde ich gleich erstmal da hin zaubern. So, das brauchen wir auch nicht. Das kommt auch erstmal da rein. Feuerstein. So, das da hin. Das, das, das. Das brauchen wir auch momentan gerade nicht. Das, die Axt brauchen wir auch gerade nicht. Und dann... Ja. Würde ich sagen, reicht das erstmal? Und ich werde den Gockel auf den Grill kloppen. Die drei Stück, die wir haben. Ah, der Sand, der muss ja noch fertig gemacht werden. Stimmt ja. Aha, dann können wir schon mal Glasschein bauen. Währenddessen. Äh, die Glasschein waren, glaube ich, hinten, ne? Da waren sie. Cool. Aber, erstmal abreißen alles wieder. Leider. Gottes Namen. Mein Gott, werde ich in die Richtung bauen. Das ist vielleicht einfacher. Denn wir müssen ja, ähm... Eine Etage höher bauen. Ich habe mich da voll verbaut. Fällt mir gerade auf. Oh, das dauert jetzt wieder ewig. Bauen ist schneller wie abbauen. Komischerweise. Ich weiß nicht. Gibt's demisch an die Möbel im Weg? Schatz, wie kannst du denn die Möbel inbauen? Ich bin doch gar nicht fällig mit renovieren. Mach langsam, Schatz. So. Entschuldigung. Ich möchte, dass wir beide oben liegen. Na schön. Fang mal. Das sieht doch super aus. Das geht doch. Eigentlich geht's doch ratzfatz. Das ist doch mit unseren Hacken, die wir haben. Oh, das habe ich vergessen. Steine. Oh, Steine. Ich bin ein fleißiger Handwerker. Fiederallala. Fiederallala. Fiederallalala. So. Ach ja, komm. Die Decke, die ist doch schnell fertig eben runtergehäckselt. Wenn die Spitzhacke immer on tour bleibt, dann geht's eigentlich relativ zügig. Wenn sie in on tour bleibt. Ne, wohlgemerkt. Oder wir lassen einfach... Hey, wir machen indirektes Licht. Machen einfach so eine Zwischendecke da rein. Hey, das ist so... Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Nur eine schlechte Idee. Die Idee ist geil, muss ich sagen. Die ist echt cool. Es wird schon wieder Nacht. Fällt mir gerade auf. Ich werde aber noch eben kurz hier die... Ich finde die Idee richtig cool. Also die Idee kommt beim... Beim Abreißen und beim Bauen. Wenn ihr es gerade seht. Ja, oder wie ihr es gerade seht. Das ist echt cool. Ich glaube, so werde ich... Ich wollte das sowieso mal auch in echt. Habe ich... Träume ich schon lange davon, so eine versetzte Decke zu haben. Ich finde das so richtig geil, wenn dann so dieses indirekte Licht da reingebaut ist. Ich weiß zwar gar nicht, wie man hier Licht baut bei Minecraft, aber nur so. Puh, ansonsten mache ich Fackeln hin. Aber ihr könnt mir das wahrscheinlich sagen. So, währenddessen die Sonne untergeht, werde ich jetzt versuchen gleich mal... Da hinten geht schon der Mond auf. Werde ich ein wenig schlafen gehen. Wie bauen wir denn diese Glowstones? Oder findet man die? Ich weiß das gar nicht. Hey, ich kann nur nachts schlafen, so wie jetzt. So, weiter geht's. Keine Boxen wieder bauen. So. Ja. Aber hey, wir sind umgezogen. Wir sind umgezogen und sind dabei, unser eigenes Heim fertig zu machen. Ich finde es geil. Ich feiere das voll. Ich hab da voll Spaß dran. So, dann wollen wir mal gucken, was unser Glas sagt. Ey, geil. So, Kohle können wir jetzt einsetzen. Wir haben ja Kohle. Das heißt... Nein, nicht Kohle brennen. Das heißt... Was macht denn der Stein da oben? Hab ich veräppelt? Oder haben wir schon wieder so viel in der Tasche? Nein. So, das heißt, ich werde hier, glaube ich, dann die Wand nochmal ziehen. Die Decke nochmal ziehen, eine Runde. So. Ja, na. Äh. Äh. Resignation. Äh. Diese Sound. So. Dann lassen wir da... Ein, ein... Ich glaube, wir lassen immer eine Reihe von Blöcken frei. Könntest du dich bauen, oder was? Du bist ja ein toller Zimmermann. Mann. Ich bin kein Zimmermann. Ich bin Maurer. Ja, ist ja egal. So. Meine Güte. Es geht doch gar nicht. Jetzt war... Ich bin... Jetzt geht mir noch die Spitzhacke kaputt, oder was? Ja, halleluja. So, dann werde ich mal versuchen, mir eine neue Spitzhacke mir eben herzustellen. Da haben wir sie schon. Und bauen direkt mal... So, weiter. So, da haben wir also quasi eine indirekte Decke, die dann täuschend wirkt, denn wir werden ja jetzt noch eine Reihe am Rand drauf bauen. So, dazu brauche ich nochmal den. Wir müssen natürlich nach oben kommen auch erstmal. Wir bauen uns hier so eine kleine Treppe hin. Das kommt so. Das kommt auch so. Und wir haben jetzt in der Mitte auch diese Decke, das heißt, wir können da auch schön drüber laufen. Das macht uns keine Sorgen mehr. So, und da kommt das dann. Das müsste ja eigentlich dann so sein. Wenn ich das jetzt richtig berechne und richtig mit Diagrammen und so gearbeitet habe, richtig specialmäßig, müsste es theoretischerweise eigentlich richtig sein. Was brauchen wir denn eigentlich für unser Dörfchen noch? Aber wenn wir sehen, wir haben ja hier schon ein paar Dörfchen. Treppen muss ich nur bauen für das Dach. Das fehlt mir auch noch. Wir haben ja zwar schon ein Dörf, aber was fehlt denn noch auf dem Dorf? Eine Kirche fehlt auch noch zum Beten. Wir sind ja so fromm. Wir sind ja so... Wir beten ja sehr, sehr gerne. Alle Menschen beten gerne. So. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie ich das indirekte Licht mache. Ob ich das hier oben drauf setze einfach. Ich mache das jetzt mal mit Fackeln. Ja, seid mir da nicht böse. Ich weiß, ich möchte jetzt gerade mich nicht großartig informieren, wie mein Gloucester uns macht. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Fackeln. Ich weiß, wir müssen unten auch noch welche machen. Das weiß ich. Da bin ich... So. So, das sieht schon super aus. Sieht so aus wie so eine kleine Kampfarena. Und in der linken Ecke. Jetzt hier. Reflex. Reflex. Und in der richten Ecke. No name. So, wie machen wir das denn jetzt mit dem... Ich bin gerade am überlegen, wie wir was mit dem Dach machen. Weil im Prinzip die Decke, die kann ja hier so... ...schwebend bleiben. Das fällt ja gar nicht auf, wenn wir jetzt einfach oben das Dach drüber ziehen. So, ich werde mal versuchen hier... So. Eben die Steine abbauen hier hinten. Na. Wenigstens haben wir schon mal ein bisschen Licht in der Bude. Ah, herrlich. 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 So, die Glasscheiben sind fertig. Cool damit. Oder beziehungsweise Glas. Wir können ja dann weitere Scheiben herstellen. Das werde ich noch eben tun. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir mit unseren Glasscheiben kommen. Ja, und wieder einmal musste ich die Folge leider beenden von Minecraft hier an dieser Stelle. Also leider nur 15 Minuten für euch. Für mich waren es, ja, war es fast eine halbe Stunde. Ich werde im nächsten Video, werde ich es kurz zusammenfassen, was passiert ist. Und seid mir nicht böse drum. Leider ist die Folge kaputt gegangen, die letzten 15 Minuten. Und ja, freut euch lieber auf die nächste Folge, denn die wird richtig cool. Also bleibt dran. Ciao. Willkommen zu, ja, Let's Play Minecraft und damit zu, ja, erstmal einer Erklärung, warum mal wieder das letzte Video, ja, nur 15 Minuten ging und dann abrupt wieder endete. Ihr habt es ja schon gehört, ich habe ja da anschließend schon ein, ja, Entschuldigungs-Punkt-Punkt-Punkt-Video dabei geschrieben, denn, ja, ich habe leider Gottes Name auf die Share-Taste gedrückt und vergessen zu bestätigen, das Ganze auf der Playstation und somit bin ich wieder zurück ins Spiel und mir ist dann aufgefallen, scheiße, du hast gar nicht Videoclip-Speichern gedrückt. Und wenn du dann wieder auf Share drückst und X drückst, hat er die Aufnahme, die du gerade hattest, also die 15 Sekunden oder was das sind, ja, leider aufgenommen und somit waren die letzten anderen 15 Minuten, waren weg, die ich gespielt habe. Und damit möchte ich mich nochmal herzlich entschuldigen bei euch, dass das fehlt. Ich kann nur noch mal kurz zusammenfassen, was wir gemacht haben. Wir haben, ja, hier ein wenig den Rand gebaut. Wir haben hier ein wenig den Rand gebaut und wir haben die Glasscheiben eingesetzt, ich weiß nicht, ob das noch vor den 15 Minuten war. Ähm, ansonsten waren wir noch anschließend da hinten in dem Wald schon so ein bisschen Holzhacke und ich hatte versucht, ein Leopard zu töten mit dem Schwert. Das hat aber leider nicht ganz funktioniert. Mal ärgere ich mich, dass ich das nicht auf Aufnahme drauf habe, aber egal. Wir wollten... Holz wollte ich bauen, genau, weil ich das... Ich wollte das Dach bauen. Ach ja, wir brauchen... Das stimmt, wir brauchen ja ganz anderes Holz. Shit, wir brauchen dieses Holz. Hm, da vorne sehe ich was links. Da müssen wir mal irgendwie rüberkommen. Und... Ja, das ist total ärgerlich, deswegen. Ich muss zusehen, dass ich mal irgendwie jetzt in nächster Zeit mir wirklich mal eine Capture-Karte besorge, dass ich da keine... Dass ich da nicht mehr so gebunden bin an Sony und... Und wie gesagt, das ist auch total... Ja, nicht unprofessionell, aber das ärgert einen schon, weil... Dann ist die Aufnahme weg und das kann so schnell passieren. Du bist gerade total abgelenkt, warst gerade vielleicht voll im Spiel drin und auf einmal plötzlich... Blabam! Drückst du auf einmal nicht diese Taste, gehst wieder zurück ins Spiel und schon ist die Aufnahme weg. Und das ist so ärgerlich, das ist... Ah, das ist... Das ist doch irgendwie, ne? Mann, und ich ärgere mich da echt drüber, weil... Ich möchte euch das nicht vorenthalten, was da alles passiert ist. Das ist ja das Ärgerliche dabei. Was ist das denn? Äh... Moment. Jetzt muss ich kurz heimlich aufstoßen. Schon wieder. Ähm... Ist das schon wieder sowas wie eine... Äh... Wie ein... Ein Tempel? Achso, genau, das wollte ich noch gesagt haben. Das... Das hab ich ganz vergessen. Da hatte mir jemand, äh... In den Kommentaren... Erstmal herzlichen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendjemand hat da in den Kommentaren reingeschrieben. Ja, man muss... Bei den Tempeln muss man aufpassen. Da muss man, glaub ich, erst die Druckplatte auslösen. Damit das TNT nicht hochgeht. Jetzt bin ich auch schlauer, was das angeht. Ja, und dafür noch mal, wie gesagt, herzlichen Dank dafür. Denn das weiß ich gar nicht. Das ist für mich... Wie gesagt, äh... Alles neu. Alles neu. Alles toll. Das wird niemals reichen. Niemals wird das reichen. Niemals. Niemals wird das reichen. Das... 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 Das wird niemals reichen. Niemals. Mit euch zusammen. Mit dir zusammen. Mit... Mit allen da, die meine Videos gucken. Vielen Dank. Und danke, dass ihr mit mir... Ja, den Spaß teilt, das hier zu machen. Dankeschön. Huh. Ich glaube, ich muss da mal runter. Bin ich ganz ehrlich. Ich muss da irgendwie mal... Ich glaube, ich muss da irgendwie mal runter. Denn... Da gibt es echt tolle Sachen. Also... Ich werde erst mal die Glasscheiben wieder wegpacken. Weil die brauchen noch ganz schön viel Platz jetzt in dem... In dem ganzen Klimm-Bim hier. So. Hallo? Boah, bist du hässlich? Boah, bist du hässlich? Boah, ich mag einen Spinnen. Boah, bist du hässlich? Boah, bist du hässlich? Boah, bist du hässlich? Bist du hässlich? Ih, geh weg. Ich habe ein Spinnen-Auge. Ih, guck mal hier. Ah, ne, 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 ne. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Wie er einen anguckt, ne? Hm, guck mal, ich bin hier. Ich muss so ein bisschen jetzt drauf achten, dass ich was höre. Wenn da irgendwie ein Gegner kommt. Ich muss nur noch mal heimlich aufstoßen. Entschuldigung. So, ein nächster Morgen, ein neuer Tag. So, wie ich es gerne mag. Ja, weiter geht's. So viel einfacher, sich hier auf das... Ah, naja, super. Genau das meine ich nämlich damit. Genau das meine ich damit. Sich auf das Dach zu stellen, ist eine tolle Idee. Hab ich gesehen. Ich meine, hey, cool. Geil. Geile Idee. Flex. Mit unseren Eisenbarren. Nicht Ziegel. Mit unseren Eisen... Mein Gott, was ist los? Eisenbarren. Aber ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Aufnahmepause. Ich bin schon weit über den Soll. Und, äh, sehr, sehr weit über den Soll. Und bevor jetzt hier die... Bläh, Folge auch wieder abraucht. Und ich wieder nicht dazu komme, die zu speichern, werde ich es natürlich jetzt tun. Und, äh, ja, umso länger ging diese Folge. Und ihr dürft euch natürlich freuen. Und würde sagen, in der nächsten Episode geht's weiter. Macht's gut. Ciao.